hallo ihr lieben herzlich willkommen bei uns zum garten gemüse kiosk in dem heutigen video werden wir gemeinsam mit euch besprechen wie wir hier bei uns erfolgreich brokkoli anbauen wir haben ein paar jahre erfahrung gesammelt und immer wieder neue sachen ausprobiert und in dem video heute werden wir mit euch teilen was unsere tipps und tricks sind wie wir das erfolgreich schaffen viel brokkoli zu ernten auch versetzt brokkoli zu ernten hier vor mir seht ihr schon einige jungpflanzen stehen wir haben sie ausgesät die kohl pflanzen nach drei wochen konnten wir sie pikieren und so sieht das jetzt aus dass hier ist die brokkoli platte jetzt warten wir noch dass sie weiter wachsen dass das wetter passt und dann dürfen sie auch in die erde wie wir das ganz genau machen das könnt ihr euch jetzt im folgenden zusammenschnitt anschauen viel spaß in diesem video zeigen wir euch die spätere aussaat und den späteren anbau von brokkoli das haben wir ausprobiert das funktioniert gut der brokkoli mag es warm die ernte ist zuverlässig und die röschen werden auch größer das saatgut aus unserem sortiment wird jetzt hier ausgesät wir streuen es einfach wir haben eine nährstoffarme aussaat erde wir haben eine saattiefe von ungefähr ein bis zwei zentimeter und eine keimtemperatur von ungefähr 15 bis 20 grad wir stellen die schalen nicht mehr und das kunstlicht also nicht rein die bleiben draußen stehen allerdings geschützt mit dem dach drüber bei uns ist das das carport angießen nicht vergessen und auch die beschriftung denn wir sehen gleichzeitig auch rosenkohl und grünkohl aus ende mai ist es soweit die pflanzen können pikiert werden dazu nutzen wir eine nährstoff stärkere erde eine komposterde nehmen uns die keimlinge und setzen sie tiefer also wenn es geht am besten direkt bis zu den keimblättern und dann wachsen die wunderbar weiter wir verwenden jetzt hier bewusst keine quickpots sondern diese töpfchen das sind acht mal acht töpfchen einfach damit das beetmanagement einfacher wird wir können dann die pflanzen länger darin stehen lassen und gucken wann ist abgeerntet und wann es wieder platz im biet die werden jetzt schön hier in reihung geht aufgestellt und gerade wenn der mai warm ist dann das ist natürlich super wichtig zu gießen wir geben ihnen zusätzlich noch eine ladung wasser und gießen von unten so können sie sich einfach mit wasser selbst bedienen und nun dürfen sie fröhlich weiter wachsen ende juni sind jetzt spinat und auch dicke bohnen abgeerntet ist es also wieder ein beet frei und wir können pflanzen wir arbeiten die erde noch auf indem wir sie aufdüngen das machen wir jetzt hier mit einem kleedünger nach herstellerangaben der brokkoli ist ein starkzehrer und möchte ein bisschen mehr power in der erde haben der kleedünger wird einfach eingearbeitet übrigens alles was wir verwenden haben wir in der infobox für euch verlinkt dieses bett hier ist ungefähr eineinhalb meter breit und unser plan ist jetzt hier zwei kulturen nebeneinander zu setzen den brokkoli gemeinsam mit der steckrübe ein video zur steckrübe wird es auch noch geben wichtig bei der bettplanung ist noch unserer meinung nach dass wir den brokkoli nicht nach anderen kohlsorten setzen auch auf andere kreuzblütler sollten wir achten wie zum beispiel radieschen oder kohlrabi das versuchen wir zu vermeiden die haben sich doch super entwickelt ein toller wurzelballen und keine schädlinge je nachdem wie schnell das beet abgeerntet ist oder wenn die vorkultur etwas länger braucht macht es durchaus sinn jetzt diese spätere aussaat nicht in quick pots sondern eben in diesen töpfchen vorzunehmen dann ziehen wir eine reihe in unserem beet und das machen wir ihr wisst es ja ganz gerne mit der eisenstange das ist unkompliziert und einfach und eisenstangen haben wir allein schon wegen der planwagen hier überall im garten verteilt dann wird ein loch gebuddelt und die brokkoli pflanze darf hinein und auch bei der pflanzung hier setzen wir die brokkoli pflanze jetzt ein bisschen tiefer wir setzen die pflanzen gerne in reihe einfach weil die weitere bearbeitung viel leichter fällt also das haken und das beikraut freihalten ist dann viel einfacher der pflanz abstand von den brokkoli pflanzen liegt hier bei 50 bis 60 zentimeter wir haben festgestellt je mehr platz die pflanze hat desto größer wird sie auch und desto größer wird auch die ernte wenn ihr mehrere reihen brokkoli pflanzen wollt wir verwenden dann einen reihenabstand von ungefähr einem halben meter gerade bei kohl pflanzen ist es ja immer wieder erstaunlich wie groß die hinterher werden neben den brokkoli pflanzen kommt dann noch eine reihe mit den steckrüben hin und später wenn wieder rasen schnitt anfällt wird das beet auch noch gemulcht wenn euch das video gefällt lasst uns gerne ein like da und wenn noch nicht passiert auch gern ein kostenloses abo anschließend wird natürlich auch angegossen und ihr kennt uns wir machen das gerne mit den effektiven mikroorganismen damit arbeiten wir schon viele jahre und konnten die qualität unseres bodens erheblich verbessern wir haben euch erzählt dass wir den brokkoli ohne netze anbauen wie machen wir das ja wir haben viel ausprobiert und haben festgestellt dass es scheinbar möglich ist wenn wir so intensiv duftende aromatische kräuter daneben pflanzen genau das was mein man da gerade in die erde setzt ist basilikum schön abwechselnd in der farbe dann sieht es auch schön aus fürs auge aber vor allen dingen ist der basilikum sehr sehr intensiv in seinem duft und dem was er so verströmt und ein weiterer effekt bei dem intensiven anbau hier von basilikum ist dass wir noch jede menge futter für bienen und hummeln und andere insekten zur verfügung stellen anfang juli hat sich noch ein anderes problem abgezeichnet in sachen schädling und zwar das erste ist dass der terror tauben deswegen haben wir hier diesen drachen aufgestellt um die tauben fernzuhalten denn die lieben ganz besonders kohljung pflanzen und der zweite schädling der auftritt sind die schnecken ihr seht hier verteilt in dem beet so kleine brettchen ich nenne die mittlerweile gerne snack brettchen denn darunter verstecken sich alle schnecken ich nehme die brettchen gehe damit zu den hühnern ich habe damit die schnecken aus dem beet und die hühner haben kleinen snack worauf wir auch achten ist dass wir das beet möglichst unkraut bei kraut frei halten denn disteln und co wollen natürlich auch nährstoffe und vor allen dingen auch licht haben deswegen ziehen wir die zwischendurch immer wieder aus dem beet raus die pflanzen haben sich prächtig entwickelt und auch daneben der basilikum schaut mal wie groß der schon geworden ist ende juli haben wir schon wieder größere röschen das sieht gut aus übrigens der drache ja der drache muss regelmäßig an eine andere stelle gesetzt werden denn sonst funktioniert das nicht die tauben sind schlau und habt ihr gerade den cool weißling fliegen sehen der scheint abgelenkt zu sein von dem intensiven duft des basilikums er fliegt nämlich am brokkoli vorbei schaut mal sieht das nicht toll aus schon richtig schöner brokkoli es ist zeit für die erste ernte wenn wir die brokkoli blumen abschneiden dann achten wir darauf dass wir schräg abschneiden dann kann einfach das wasser besser ablaufen denn die pflanzen bleiben bei uns im beet stehen die wachsen nämlich noch weiter dazu gleich mehr habt ihr auch schon lust auf brokkoli die sorte die wir bei uns im sortiment haben für die wir uns entschieden haben ist einfach super denn zum einen werden die pflanzen nicht alle gleichzeitig reif ich habe also automatisch natur bedingt eine versetzte ernte und wenn ich dann das röschen also die große blume am anfang abgeerntet habe dann wachsen in den seitentrieben weitere röschen und das finden wir ist ein riesengroßer vorteil den link zu dieser sorte findet ihr direkt bei uns in der infobox den brokkoli könnt ihr natürlich noch bis juli aussehen für den anbau im herbst wir haben hier einen wunderbaren brokkoli schädlingsfrei und das ohne netze angebaut ob das jetzt mit dem basilikum zufall ist na ja wer weiß eine garantie können wir natürlich nicht geben aber wir werden es wieder so machen und uns interessiert natürlich auch eure erfahrung habt ihr das vielleicht auch schon mal gemacht und das auch so bemerkt oder habt ihr vor es jetzt auch mal auszuprobieren schreibt es uns gerne in die kommentare hier können wir das wunderbar sehen einmal abgeerntet und die pflanze stehen lassen und was macht sie sie bildet neue röschen wunderbar genauso wollen wir das ende august gibt es immer noch wunderschöne brokkoli zu ernten und wir haben keinen schaden vom kohlweißling oder von irgendeinem andern schädling dran ist das nicht toll wir freuen uns sehr darüber und hier gibt es wieder ein bilderbuch brokkoli zu ernten und schon lust auf brokkoli vielleicht roh mariniert oder lieber gedämpft oder vielleicht auch brokkoli im curry oder überbacken mit knoblauch wie es ihr ihn am liebsten und bei den zuerst beernteten pflanzen sind auch schon die ersten röschen nachgewachsen entweder gehen wir durch den garten und naschen die hier und da einfach mal roh oder aber wir gehen mit dem körbchen durch und beernten alle pflanzen und wenn wir da eine ganze reihe stehen haben ist es genug für eine mahlzeit zum beispiel brokkoli mit pasta beispielsweise die pflanzen stehen zu lassen und die seitenröschen weiter wachsen zu lassen lohnt sich auf jeden fall denn das zieht sich noch eine ganze weile hin und im september waren immer noch seitenröschen da guckt man die waren gar nicht so klein und im september sind es nicht so schön und so gehen wir mit unserem erntekörbchen auch im spätsommer durch die brokkoli rein und ernten hier und da immer wieder noch ein paar seitenröschen also unbedingt die brokkoli pflanzen im garten stehen lassen und die seitenröschen ernten und selbst die langen schmalen stiele schmecken richtig gut von dem youtube kanal perma glück gibt es übrigens einen ganz schnuckligen film über meerschweinchen und brokkoli in der infobox findet ihr den link dazu das war unser zusammenschnitt von den erfahrungen über den anbau von brokkoli die wir so sammeln konnten die wir mit euch jetzt eben auch teilen möchten aber fehlt da vielleicht noch ein tipp habt ihr noch eine erfahrung dann teilt sie gerne mit uns und auch mit der community schreibt einen kommentar unter dieses video das würde uns sehr freuen ebenso euer daumen nach oben wenn es euch gefallen hat und ein abonnement von unserem kanal kostenlos falls noch nicht erfolgt ich hoffe es hat euch motiviert und auch inspiriert brokkoli anzubauen vor allem wenn es noch nicht ausprobiert habt macht es unbedingt mal verlinkt zum weiterschauen haben wir auch wieder was einmal hier kurze knackige videos von uns zum thema gemüse anbau grow veggie und wer brokkoli mag mag meistens auch gern blumenkohl hier ein video zum blumenkohl anbauen viel spaß bei euch im garten bis zum nächsten mal